So, in diesem Sommer fehlt ja ziemlich häufig der Satz, puh, ist es heiß heute. War es auch. Die heißen Sommer, sie werden mehr. Aber sind sie auch der Grund, dass die Gletscher in den Alpen zurückgehen? Was man festhalten kann, das Schmelzen, es geht weiter. Wir haben Wissenschaftler und Werkführer in Österreich rund um den Großglockner begleitet und die können das auch mit Fakten belegen.